Und damit ein herzliches Willkommen zurück, Leute! Ihr wisst alle, was das heute für ein Tag ist. Ich meine, wir brechen zu einem sehr gigantischen Dungeon auf. Und an der Spitze erwartet uns vermutlich Raikwasa, ne? Zumindest wurden wir schon gewarnt und ihr seht, wir haben einen Goldrang nun endlich. Das ist nun passiert. Hat ja auch nicht mal viel gefehlt. Und mit diesem Goldrang sind wir hoffentlich voll und ganz gewappnet für das, was kommen mag. Genau, da ist der Himmelsturm. Das könnte wirklich spannend werden. So, ich habe mir gedacht und ich habe es auch etwas trainiert dafür, dass wir das liebe Flunkkiefer mitnehmen. Sieh mal einer an, das ist ja gar nicht mehr sortiert. Und anscheinend wird das immer wieder manuell gemacht. Da ist es jetzt jedenfalls, jetzt Level 30. Und ich dachte mir, eigentlich ist das gar nicht schlecht. Die Kombination Fee plus Stahl dürfte dort sehr nützlich sein. Und um uns so richtig abzusichern, hat dieses Flunkkiefer sogar einen Eisstrahl mit drin. Ja, also richtig heftig. Gut, das hat nicht den krassesten Spezialangriff, aber es geht. Und ich denke, damit sollte auch einiges möglich sein. Und es senkt den Explosionsschaden. Das ist jetzt nicht das krasseste Talent, aber wer weiß, vielleicht wird es ganz nützlich. Keine Ahnung, wie viele Fallen uns dort oben erwarten. Genau, Bisasam ist ja an sich festgelegt. Da können wir gar nichts dran ändern. Offensivbänder ist jetzt aktuell drin. Lass doch mal sehen, vielleicht können wir auch da noch ein bisschen was umstellen. Immerhin sollten wir wirklich bestens ausgerüstet sein. Jetzt ist es ein bisschen umständlich, dass man hier zum Beispiel immer erst entnehmen muss. Und hier auch nicht bei den Items direkt schon darauf zugreifen kann, auf den Vorrat. Du musst es erst reinlegen und dann kannst du ausrüsten. Aber lass mal sehen, was haben wir dann alles. So, ein bisschen Verteidigung oder so. Volltrefferquote. KP-Regeneration. Die Röntgenbrille ist eigentlich an sich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich ein sehr nützliches Item. Ich weiß nicht, ob ich die nicht sogar diesmal nehme. Ich meine, es ist schon wirklich nützlich. EP-Bänder sind hier eher irrelevant. Braucht man nicht unbedingt. Ich glaube tatsächlich, dass ich noch eine Röntgenbrille mitnehme. Ich glaube, die könnte wirklich nützlich werden. Warum nicht genau? Gefällt mir eigentlich ganz gut, die Idee. Zur Röntgenbrille zu greifen. Davon werden wir sicherlich profitieren. Wenn wir schon dabei sind, sollten wir vielleicht auch mal unser Geld einlagern. Zur Not, denn man weiß ja nie, was noch alles auf uns zukommen kann. Und an sich, bevor wir jetzt irgendwas verlieren hier, zahl ruhig alles ein. Ich weiß nicht, ob wir einen Kekleon-Laden hier nutzen werden, wenn überhaupt einer auftaucht. Weiß man ja nicht. Aber wir sind soweit mit Flugenkiefer zusammen, was gar keinen Namen hat. Ich glaube, niemand hat sich bisher für Flugenkiefer gemeldet. Ansonsten darf das gerne jemand tun. Eine Stahlvieh. Und eigentlich auch designtechnisch, muss man sagen, auch wirklich cool. Ich mag Flugenkiefer auch sehr gerne. Ah, gut, dass ihr da seid. Boah, Xatu im Ausrasten. Was macht Xatu denn da? Es ist fast bereit. Das Teleport-Juwel. Das Teleport-Juwel? Sieht aus wie so ein Rubin-Zauber. Jetzt kommen die grünen Rubine raus. Es ist vollbracht. Dies ist das Teleport-Juwel. Es wird euch in die Welt über den Wolken schicken. Hier, Chris. Nimm es an dich. Das Team von Chris erhält das Teleport-Juwel. Ihr müsst eine große Menge an Psychokraft sammeln, um dieses Juwel zu erschaffen. Die Psychokraft stammt von Simsala, mir und... Da war dieses Geister-Pokémon, das uns mit dem Juwel geholfen hat. Aber jetzt ist es verschwunden. Wo mag es bloß stecken? Ein Geister-Pokémon? Wer das wohl sein mag? Es ist sicher nur etwas schüchtern. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich frage euch ein letztes Mal. Diese Reise birgt erhebliche Gefahren. Wollt ihr dennoch ihren? Und ob darauf kannst du wetten. Wir müssen zu Rai Quaser und ihn bitten, den Meteoriten zu zerstören, richtig? Ich bin bereit, alles zu riskieren, wenn ich hier dadurch wieder Frieden einkehrt. Das ist mein einziger Wunsch. Ja, und wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es Abschied nehmen. Das waren Gardevoirs Worte. Dann kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Es ist soweit. Das wird mein letztes Abenteuer mit Noah sein. Lass uns unser Bestes geben, Chris. Wir zählen auf euch Noah und Chris. Bereit. Schwupp. Einfach mal hochgebeamt. Und ab geht die Post. Das sieht ja aus. Yeah. Uhu. Autsch. Wo sind wir? Ui. Das ist ja cool. Wir sind auf einer Wolke. Oh, wow. Chris sieht ja das an. Oh, ja. Da geht es ziemlich weit nach oben. Übel. Ein riesiger Turm aus Wolken. Und die Musik ist super übrigens. Wir müssen bis ganz nach oben. Der quasi hält sich an der Spitze auf. Geben wir unser Bestes, Chris. Oh, die Musik ist halt wirklich gut. Bruder Himmels Turm hat, finde ich, einen der besten Tracks. Warte, muss ich immer zu flogen Kiefer wechseln, damit die Röntgenbrille funktioniert. Oder wie sieht es denn da aus? Ich bin gerade neugierig. Nö. Wie benutze ich denn das Ding dann? Oder ist das denn nur für spezielle Fälle oder was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt davon. Ich dachte immer, eigentlich klingt das ganz gut. Warte, was? Oh, habe ich es doch vorhin nicht ausgerüstet oder was? Das ist doch eigentlich schon. Ah, vielleicht hilft es uns bei bestimmten Bedingungen oder so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Da kommt einiges auf uns zu. Aber sehen wir, dass wir vielleicht auch schnell welche mitnehmen können. Lunastein weiß jetzt nicht, ob wir brauchen. Aber alles, was mitkommt, ist auf jeden Fall irgendwo nützlich. Hätte jetzt nicht unbedingt mit solchen hier gerechnet. Mit Lunasteins, aber okay. Mal sehen, was noch alles auf uns zukommt. Oha, dieser Raum ist ja gigantisch. Nimmt das ganze Geld erstmal mit. Oh, Hunger verloren. Nee, das ist übel. Aber es war gar nicht so viel, wie ich dachte. Okay. Immer noch ein wenig verwirrt davon, dass hier so viele Lunasteins sind. Aber was soll's. Huch, was hast du denn entdeckt im Gang da drüben? Aber ja, mit Flunkkiefer, glaube ich, sind wir wirklich gut dabei. Mal sehen. Ich rechne eigentlich dann später mehr mit Flug und so. Eventuell vielleicht sogar mal mit Drache. Mal sehen. Der Eisstrahl kommt drauf. Der ist aber hauptsächlich für Rayquaza reserviert. Denn da haben wir dann eine Vierfacheffektivität drauf. Und das haut natürlich richtig rein. Das wollen wir ausnutzen. Na, Dracheflug. Das tut ihm ganz schön weh, so ein Eisstrahl. Wir werden auch davor, glaube ich, eine Linkbox da nochmal mitnehmen. Weil ich habe ja auch Feenattacke mit drin. Dann hauen wir auch eine Feenattacke mit rein. Verknüpfen das alles vielleicht gleich. Sehen wir mal. Und für Monsterräume bin ich auch gut gewappnet. Mit Orbs, die sich auf den ganzen Raum auswirken. Also alles dabei, um es zu optimieren, soweit. Was macht Bisasam schon wieder? Kann mir das jemand sagen? Ah, will ich das einsetzen? Wird noch nicht notwendig sein, denke ich. Das war jetzt ein ganz schöner Eisstrahl-Spam wiederum. Oh je. Ach ja, stimmt. Ich habe auch eine Status-Senkung bekommen. Aber jetzt zum Beispiel war da was, das man nicht vorher gesehen hat. Oder es ist gerade gespawnt. Das kann natürlich auch sein. Ich finde euch gerade sehr seltsam. Ach stimmt ja, ihr seid ja auf Angriff immer noch gestellt. Richtig. Das hat mich verwirrt. Ja. Natürlich, wir sind ein Team mal wieder gefragt erstmal. Und ich denke mir schon so, was ist das denn? Woher kommen diese Aggressionen? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Aber das ist natürlich dann alles sonnenklar. Maskeregen hier oben. Wie auch immer die hier hochkommen. Warte mal. Okay, das ist nur Geld. Gehen wir weiter. Man sollte sowieso zügig weiterkommen. Denn dieser Himmelsturm ist natürlich gigantisch. Gigantisch. Boah. Hier ist einfach ausrastet da hinten. Bei dieser Samen haben wir glaube ich wirklich alles richtig gemacht. Diese Verknüpfung ist wirklich mega stark. Oder kommt noch der Eisstrahl von hinten? Ja. Alles klar. Oh, Forestelka. Das wäre ein richtig krasser Tanker. An sich wäre das ganz cool. Komm schon. Jetzt killt mir nicht alles weg. Okay. Hm. Aber es ist aber noch nichts rekrutiert. Das ist natürlich am Anfang eh immer die niedrigste Chance. Weil natürlich das entsprechend Stack mit der Harmonie. Das heißt, hier mehr man dann hat. Moment mal. Warte. Habt ihr das Leuchtfeld gerade? Ja. Belebersam war da. Sehr gut sogar. Wusste gar nicht, dass die auf Leuchtfelder sogar von sich aus auch gehen. Interessant. Ah, Blitzkanone. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Blitzhänger dabei haben. Das hat sich schon so oft bezahlt gemacht. Super. Und schon wieder merkt man, dass es echt nützlich ist. Nett, dass diese Falle entdeckt wurde anscheinend. Seid alle recht smart. Oh. Wir haben eine... Wasserwetterlage hier. Wir sehen nochmal. Das wird hoffentlich nicht so dramatisch. Das machen wir hier mit Tragosso natürlich erstmal Sorgen. Das ist klar. Ist ein bisschen gruselig, aber wird schon. Juppet, du kommst auch noch weg. Und ich hoffe, dass wir hier hauptsächlich vielleicht Belebersamen einfach bekommen. Das ist ja natürlich das Beste. Wie sieht es aus? Was war es? Ein Mini-Belebersamen. Perfekt. Stimmt, Maske-Regen ist so ein bisschen im Vorteil hier. Aufpassen. Könnte auf jeden Fall eine Wasserattacke drin haben. Und Noah leidet wieder an einem Zustand Apo. Schon ein schlimmer Zustand. An dem Zustand würde man sich nicht befinden. Hagel. Oh, Backe. Aber ja, dafür ist, glaube ich, dieser Dungeon bekannt. Oh, da kamen Unheilsböden. Das ist natürlich nervig, dass hier sowas beherrscht wird. Genau, mach das mal lieber so. Dann gehen wir lieber raus aus dem Raum. Haben wir schon gesehen, hier ist ein bisschen mehr los gerade. Ah, der Eisstrahl hat auch funktioniert. Ist ja wunderbar. Moment mal, ich habe doch noch genug AP, oder? Also, ich habe dich jetzt natürlich nicht direkt auf dem Schirm. Das ist Quatsch. Ich kann dich damit ja gar nicht treffen. Ja, stimmt. Wir haben natürlich mit Boden so ein bisschen unsere Probleme. Katapult ist aber natürlich drin. Und das funktioniert immer noch. Ja, und Dunerstein hat natürlich Schwebe. Das ist ja ganz normal. Autsch. Ja, der Hagel, der haut auch noch mit rein. Das ist eine sehr nervige Ebene. Da sollte man auf jeden Fall schnell verschwinden. Uah. Ist das schön wieder? Zwirlich, weg mit dir. Aber auch hier wieder eine ungewohnte Zusammenstellung. Ich meine, man erwartet es einfach nicht so wirklich. Zudem will sich absolut gar nichts anschließen heute. Auch wenn wir noch auf den unteren Ebenen sind. Aber es wäre mal beruhigend, irgendeinen Support dabei zu haben. Ich würde mich jetzt sehr gerne aber noch umsehen. Lasst mal sehen, Leute. Ah. Okay, das ist natürlich ganz angenehm wiederum. Öh, Top-Ater. Das ist irgendwie das Item, was du einfach gar nicht haben willst. Gefühlt, weil es eh so viele Top-Elixiere gibt. Wozu sollte man sich überhaupt kümmern, ne? Psychoshock. Aber Dunerstein kann eh nichts. Das könnte sich aber ruhig anschließen. Wir haben jetzt Zeit, mal ein bisschen was aufzufüllen. Der Eisstrahl ist natürlich mitunter am nützlichsten, würde ich sagen. Bist du erst mal dran. Auch die andere Kombi ist natürlich ziemlich nett. Aber ich will jetzt auch nicht komplett eskalieren damit. Benutzen wir ruhig zwei Top-Ater, das ist okay. Wenn wir schon dabei sind, macht auch gleich ein bisschen Platz in der Sammelbox. Jetzt alle hier hinten. Trinken. Bitteschön. Aber ich sehe schon, da werden wir auf jeden Fall noch mindestens einen weiteren Part beschäftigt sein. Vielleicht sogar zwei, ich weiß es gar nicht. Uh, Smokmok. Was schon wieder weggeräumt wird, einfach vor meinen Augen. Och nö. Fähigkeitssperrorb. Oh. Das ist auch ganz cool. Wir können Fähigkeiten wegsperren. Na, ist wirklich intelligent und findet das immer ein Lethargie-Orb. Das ist zum Beispiel sehr gut für Monsterräume. Falls wir doch in einen mal wieder reinplatzen sollten, haben wir da auf jeden Fall schon mal ein sehr praktisches Orb dafür. Leider haben wir enorm viele Gegner mit Schwebe, deswegen funktioniert man der Katapult-Knochenkeulen-Kombo nur bedingt. Klar, wenn ich davor stehe, schon. Aber auf Distanz natürlich nicht. Wow, was tankst du denn alles? Das ist ja komplett verrückt. Oh, und wir haben Hunger. Das lässt sich schnell beheben. Bitteschön. So, schön mit der Magenvolumenserweiterung vom perfekten Apfel. Die erste Ebene, wo wir ein bisschen länger am Suchen sind. Ah ja, da ist er ja. War quasi fast vor unserer Nase. Oh, und da ist schon wieder der Nächste. Ja, wir gehen noch prompt weiter. Denn wie schon gesagt, der Dungeon ist lang. Boss wird sicherlich enorm hart werden. Auch wenn ich denke, dass dieses Team immer noch sehr gut funktionieren sollte. Nobisa-Samen hat so ein bisschen seine Schwierigkeiten, würde ich sagen. Haut erst mal Eisstrahl zweimal raus. Ah, dann mal ein bisschen Training. Sehen wir mal, ob es irgendwas bringt. Wie freut mich, dass wir heute mit den Fallen einigermaßen Glück haben. Noch nicht wirklich großartig was ausgelöst. Ich will ja direkt erkannt. Gefällt mir. Oh nein, schon wieder Hunger verstärkt. Das ist ja furchtbar. Okay, so viel zu den Fallen. Jetzt kommen sie dann doch. Man soll einfach immer nichts sagen, was? Richtig am Eskalieren-Bieser-Samen. Ach, du bekommst das schon hin. Hier kann man da vertrauen. Oh Gott, schon wieder aufgebraucht. Das geht echt zackig heute. Ah, da ist sie sehr schön. Ich fürchte, wir werden wahrscheinlich noch nicht mal die Statue finden heute. Keine Ahnung. Ich kenne die Größe an sich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Papier aussieht hier. Und die Rekrutierungen sind wir heute auch nicht gegönnt. Ich merke das schon. Was den Kampf natürlich härter gestalten wird, wenn wir gar nichts bekommen sollten. Huch. Du hast da einen Silberhauch. Oh Gott. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, das sich auf den Raum auswirkt. Nein, 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 nein. Oh Gott, Bieser-Samen. Vorsicht. Gruselig. Brauchst du jetzt nicht helfen. Das normalisiert sich schon. Und ich habe schon direkt die nächste Treppe gefunden, Leute. Weiter geht's. So, das haben wir lieber Samen. Nein, ein Schlafsamen. Schade. Ja, allmählich sieht es mit unseren AP wirklich schlecht aus. Ich glaube, es wird doch mal Zeit für ein Top-Elixier, wenn ich mir das so angucke. Gut, aber die haben wir nicht umsonst mitgenommen. Ja, die Knochenkeule taugt zwar, aber haben viel zu viele Fluggegner. Heißt, wir sind auf Katapult angewiesen. Sonst wird das nix. Sonnenfiel inzwischen auch aufgetaucht. Aber gut, bisher muss man sagen, es ist noch einigermaßen entspannt, aber der Groudon-Dungeon auf jeden Fall ein bisschen Furcht einflößender bisher mit dem ganzen Intensitäts-Bäm und was weiß ich. Aber wie schon erwähnt, noch sind wir bei weitem nicht am Ende. Ah, und die nächste Treppe. Willi, lieber Samen? Nein, sichtsam. Man hofft ja noch, ne? Man hofft. Würde alles später leichter machen. Wenn ich mich frage, wie es wohl mit Challenge-Runs aussieht in Mystery-Dungeon, da gibt es bestimmt auch einige, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Nasslock sind ja natürlich bei Pokémon eigentlich schon eine ziemliche Normalität geworden. Das ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches, dass man sich dran probiert. Und das ist, glaube ich, für viele eher normal, eine Nasslock zu spielen, als einfach so einfach, weil die Schwierigkeiten lächerlich sind an sich. Und hier kann ich mir ganz gut vorstellen, ohne Belebersamen zum Beispiel, ne? Das dürfte in sich schon durchaus einiges ausmachen. Kann ich mir vorstellen. Okay, das sollte man mitnehmen. Uh, ich muss sagen, das ist echt unangenehm, ne? Das könnte ein bisschen zu risky sein. Ich hoffe, es lohnt sich. Aber ja. Mit der Katapult-Kombo bist du immer noch sehr gut dabei, ja? Und es war ein, äh... Was war's? Ah, ein Mini-Belebersamen. Seht, der hat sich gelohnt. War doch gut. Gute Entscheidung getroffen. Oh, da drüben haben wir sicherlich einen Monsterraum. Allerdings sind wir ja diesmal vorbereitet. Und ich würde das sogar ganz gerne mal testen. Das in Gaulon-Dungeon, das dürft ihr auch nicht vergessen, das war ja eigentlich der erste Monsterraum, der mir so wirklich begegnet ist. Abseits von Training. Und beim Makuhita-Dojo ist es ja egal, weil du kannst ja eh nicht wirklich sterben. Dementsprechend etwas überfordert natürlich gewesen. Aber natürlich gibt es da ganz gute Lösungen, das ist schon klar. Nur glaube ich, die meisten sind beim ersten Monsterraum in diesem Spiel ein bisschen überfordert. Erstmal. Und denken da gar nicht unbedingt großartig drüber nach. Was man eigentlich an Möglichkeiten hat. Und diesmal wagen wir uns ganz bewusst in einen. Und das schreit nach Monsterraum. Das war klar. Nur Altarier sind hier so. Alter. Aber, lass doch mal sehen. Ich hab verschiedene Orbs dabei. Wir haben Lethargie, wir haben Schlaf und wir haben das Stopper-Orb. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Lethargie oder Stopper. Was ist da... Was ist vielleicht der große Unterschied zwischen Lethargie und Versteinerung? Lass mal sehen. Das Pokémon kann nicht handeln. Der Zustand wird nach einer Weile aufgehoben. Mhm. Okay. Ja. Ergibt Sinn. Und Versteinerung. Das Pokémon wird versteinert, kann nichts mehr machen. Der Zustand wird aufgehoben, wenn das Pokémon Schaden nimmt. Okay, das ist der Unterschied. Also Versteinerung erst, wenn es Schaden nimmt. Und Lethargie nach einer Weile. Heftig. Okay. Heißt, wir können ausrasten oder auch nicht, weil du... Du wurdest nicht betroffen oder was? Nö, das löst dich ja auch automatisch auf anscheinend. Seltsam. Oder hast du eine Fähigkeit? Du müsstest Wolke 7, glaube ich, haben, ne? Was zum Geier? Oh mein Gott, Altaria hat Heilung drin. Und die haben alle... Oh nein, die haben doch alle diese Möglichkeit. Die können den ganzen Raum angreifen, ne? Gut, schön, dass wir genau jetzt welche dabei haben, die das einfach heilen können. Ja, Wolke 7 müsste aktiv sein, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber ich weiß nicht, wie sich das hier auswirkt. Haben wir irgendwelche komischen Effekte gerade drinnen? Wir sollten echt vorsichtig sein, ne? Aber jetzt... Ja. Ich dachte mir schon, dass der Silberhauch kommt. Ja. Natürlich haben wir einen Raum erwischt, wo genau das der Fall ist. Ich raste aus, ne? Dann werden wir mal schön das Stopperorb zeigen. Und dann hast du einfach Altarias, die das alles negieren können. Ja, probieren wir das mal mit Lethargie. Es ist so schade, dass ich zwei Orbs jetzt brauche für den Raum. Okay, alle Letharge schon können nicht mehr handeln. Was zum? Ich bin auf einer Falle. Oh Gott. Wurde aber nicht aktiviert anscheinend. Oh mein Gott. Uff. Ich hoffe, das hält lange. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Aber sehen wir mal. Oh Gott, ey. Dieser Spam an Informationen in der Textbox. Aber ja. Eigentlich ist das Silberhauch mit am schlimmsten, würde ich sogar sagen. Also, das ist das, was ich eigentlich am gruseligsten finde. Das Problem ist, unser Langstreckenangriff, der ist halt aktuell Boden. Und wir sind auf Katapult angewiesen. Das macht die Sache sehr ärgerlich, leider. Ja, die kannst du wirklich mal heilen. Die KP-Knappheit. Ist okay. Warte mal, wer braucht denn Heilsamen? Von mir aus. Ich weiß nicht, was es war. Was wurde denn gerade geheilt? Lass mal sehen. Wie auch immer. Zu allem, ehrlich kommen wir ja anscheinend durch. Oh nein, ey. Das gibt es ja nicht. Das Altarias hält anscheinend nur gut in Schach. Ja, du kannst dich noch einmal heilen, aber wir sollten vorsichtig sein. Oh nein. Sie können sich wieder bewegen, Leute. Und ich bin verwirrt. Das ist auch nicht gut. Das will ich eigentlich nicht heilen. Ich will ja nicht heilsam nicht raushauen. Na ja, von mir aus. Oh mein Gott. Die sind alle total gebufft jetzt. Ich raste aus. Das kann nicht euer Ernst sein. Flungenkiefer, kannst du vielleicht Eisstrahl oder so benutzen dann? Oh nein. Der hat ein Reflektor und Lichtschild. Als ob der mich so hart auskontert in einem Raum. Ich bin extra reingegangen. Ich dachte mir, du hast eine Tagieorb. Du hast eine Stoppeorb. Es kann nichts schief gehen. Ja, denkste. So viel dazu. Oh mein Gott. Ich müsste... Jetzt habe ich halt wirklich eine AP-Knappheit bei allen. Das nervt mich total. Ich frage mich allerdings, ob irgendwer was drinnen hatte, was das beschleunigt hat gerade. Weil so knapp waren wir bestimmt nicht. Wir hatten mal ein paar kleine Schwierigkeiten, aber das erscheint mir gerade so extrem zu sein. Also du bist auf jeden Fall mal dran, Noah. Wir können halt fast gar nichts mehr auch anrichten. Das kommt auch noch dazu. Wie unangenehm. Hm, das ist halt super unangenehm gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Alles... Überhaupt nicht so geplant. Toll, du wurdest paralysiert, wirklich. Und wir machen halt fast keinen Schaden. Wir haben Reflektor, Lichtschild. Immerhin, Bisasam scheint ganz gut abzugehen da drüben. Ja, das Sonnenfeld ist jetzt endlich mal weg. Aber viel Spaß. Hier ist quasi fast gar nichts zu machen. Danke. Das hier ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben auch noch Silberhauch. Ja, natürlich, stimmt. Ja, durch Silberhauch werden ja auch noch alle gebufft. Daran liegt das. Ich denke es mir schon, ne? Die haben Reflektor, Lichtschild und mehrere Buffs. Also richtig schön ausgekontert. Trotz mehrerer Orbs. Ich packe es nicht, ey. Das kann nicht wahr sein. Aber ja, ich meine... Bisasam... Kann es sein, dass die Spezialverteidigung von ihm nicht gebufft ist? Boah, ich wollte nicht so viele Ressourcen verschwenden. Das gibt es doch nicht. Ich dachte, ich wäre vorbereitet für so einen Raum. Ja, ich kann auch ahnen, dass die Altarias einfach nicht betroffen sind davon. Mann. Okay. Teambeleber Orb war auch dabei. Okay, der ganze Raum ist noch voller Fallen. Aber ansonsten passt eigentlich alles. Ja, passt auch. Passt so weit, ja. Boah. Okay, ist gut jetzt mal. Das waren sehr viele Fallen. Oh Gott, der Altaria ist wirklich nervig. Hatte vielleicht eins auch schon vorher Bodyguard genutzt? Ich bin mir gar nicht sicher. Moment mal, du bist da drüben noch betroffen gewesen? Seltsam. Wirklich das auf der ganzen Ebene? Ich dachte, das wäre nur ein Raum. Das macht es ja noch besser. Hab es mir wohl gar nicht richtig durchgelesen. Nein. Bitte nicht. Das ist nämlich wirklich das Schlimmste. Dass die sich buffen bis zum Gehtnichtmehr. Macht diese Gegner sehr unerträglich. Boah. Nein. Was hast du mir geklaut? Erst hat er mir auch noch einen Mini-Billy-Busamen geklaut. Als ob es auf dieser Ebene auch noch Gegner gibt, die Items klauen können. Das ist das Schlimmste überhaupt. Perfekt vorbereitet auf diesen Raum. In Anführungsstrichen. Orbs sind total cool für Monsterräume. Kaffee. Hey Chris, hast du schon mal mit einem Orb probiert? Ja. Ups. Also lieber doch noch meiden. Außer man ist absolut scharf auf das Loot. Auch wenn man Orbs dabei hat. Ich wusste ja, dass es ein Monsterraum ist. Ich bin nun wirklich extra reingegangen. Ich bin ganz sicher, aber okay, das funktioniert. Aber wie schon gesagt. Was denkst du? Ein Anno-Lio-Orb, okay. Jetzt sehen wir, was wir noch alles bekommen auf unserem Weg nach oben. Das hat uns natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ich würde schon ganz gerne auf die nächste Ebene reichen in dem Part. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut mit dabei. Boah. Nicht einschlafen, mein liebes Tragosso. Aber es macht immer noch sehr viel Spaß. Also versteht mich da auch nicht falsch, ne? Ich finde das immer noch lustig mit den Monsterräumen und so. Und ich mag das gerade, dass es schnell weiß auch fordernde Stellen gibt. Es ist jetzt nicht unbedingt der absolutste Spaziergang. Und definitiv immer noch ein sehr spaßiges Spiel und so. Ne? Und ich meine, ich wusste ja auch, was ich mich einlasse. Nur ist es ein bisschen eskaliert. Und da sie halt eine Lösung dagegen speziell hatten. Kann man natürlich nicht unbedingt wissen, ne? Jetzt habe ich wieder einen Stopper-Orb immerhin bekommen. Das heißt, vielleicht haben wir ja Glück und es sind keine Altarias im Raum dann. Weil die waren letztendlich das große Problem dabei. Oh cool, ein Zwürfenst. Hätte ich schon ganz gerne. Wäre schon ziemlich cool. Weil da habe ich jetzt Zwürfenst gesagt. Ich meine, Zwürklop, meine Güte. Das wäre natürlich noch krasser. Das gab es ja hier noch gar nicht. Kam erst später. Auch wenn sie sonst ja alles angepasst haben. Aber trotzdem. Pokémon-technisch ist es immer noch bis Gen 3 hier. Und ja, wir konnten auf jeden Fall wieder was auffüllen. Da spricht, denke ich, nichts dagegen. Wir kriegen ja immer die Top-Ather. Okay, bei dir ist halt wirklich schön wieder so viel weg, dass sich das schon fast nicht mehr lohnt. Aber wir haben zwei Top-Ather. Genau, wir sammeln die ja ganz dynamisch auf. Und zur Not, Leute, ich habe so viele Team-Beleber-Orbs. Also sonst kann eh lange Zeit eigentlich nicht wirklich viel passieren. Im schlimmsten Fall kann man immer die einsetzen. Und dann kann man immer noch später ganz gut eskalieren. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch gehen wollen. Für den Part. Aber je mehr wir schaffen, desto besser. Ein O-Mod. Kriegst du schon down, oder? Oh mein Gott. Aber ja, es ist super. Ist wirklich sehr, sehr stark aktuell unterwegs. Unser liebes Bisasam. Es regelt fast alleine teilweise hier. Dann wiederum der... Ja, der gute Raum vorhin war ein absoluter Albtraum. Kann man nicht erwarten, dass... ...man auch viel Schaden macht bei so vielen Veränderungen zum Positiven für ein Feind. Oh, das ärgert mich auch, dass ich bisher noch gar nichts angeschlossen habe. Hier unten zum Beispiel ist schon wieder ein Xerox. Xerox scheint hier normal zu sein. Ein Xerox wäre auch sehr, sehr cool. Okay. Aber es will einfach nichts mitkommen, diesmal. Wow, krasser Aerodactyl. Count me in, komm schon, mein Freund. Oh Gott. Und drip. Flumkiefer. Nein, Eisstrahl. Hier. Bam. Okay. Danke. Feels Batman. Jetzt rasten sie mir doch ein bisschen zu sehr aus. Oh Gott. Ihr vernichtet ja einfach alles. Ich hätte halt echt ganz gern ein paar Rekrutierungen. Zu dritt wird natürlich der Bosskampf ein gutes Stück schwerer. Das kann man sich schon vorstellen. Deswegen wäre jede Unterstützung echt gerade willkommen, aber es wird einfach alles geklirrt. Oh, komm schon. Aerodactyl, ich will es haben. Nein, rastet doch nicht so sehr aus. Oh Gott. Was ist los mit euch? Leute, was ist los? Was stimmt nicht? Ihr seid so krass. Ich meine, ich finde es zwar cool, dass ihr es so ausrasten könnt, aber ohne irgendwelche Rekrutierungen. Oh Gott. Silber auch so nervig. Weg damit. Ich bin auch aktuell sehr ungern in den großen Räumen eigentlich. Deswegen. Es lohnt sich auch immer mehr, glaube ich, einfach auf Gängern zu kämpfen. Jetzt, wo mehr solche Attacken dazukommen. Da will man natürlich aus den großen Räumen eher draußen bleiben. Lieber in den Gang kämpfen. Vorbereitet sein und wow. Wir machen einen echt guten Fortschritt immerhin. Klasse. Ich bin ganz begeistert. Vor allem, wir haben einen Hagelraum, wo wir sofort rauskommen. So ist das auch mal viel wert. Unten haben wir einen Monsterraum. Das sieht man schon. Aber nö. Mir ist das Risiko zu groß, dass wir Altaria drin haben. Jetzt kommt die Wetterlage Sandsturm. Denk aber nach der Ebene machen wir Schluss. Ich gehe noch vor die Treppe hier. Denk 25 ist für den Part erstmal ganz gut. Dann werde ich davor noch ein bisschen was auffüllen. Oh cool, die Beldra. Ja, ich will's haben. Nein, oh. Oh oh. Das ist jetzt wieder so ein Raum. Gefällt mir halt nicht. Wow, krass. Tropius auch. Wobei, Tropius ist eigentlich gar nicht mal so gut. Es hat nur irrsinnig viele KP im Normalfall. Obwohl ich Tropius vom Designer eigentlich immer mag. Tropius ist so... Ist Tropius underrated? Also ich meine, es ist nicht von der Kampfperformance. Es ist leider von der Verteilung sehr seltsam. Aber ich meine, ich kenne fast niemanden, der sagt, oh Tropius ist einer meiner großen Favoriten. Aber ich ist Tropius ganz cool vom Design. Meiner Meinung nach. Eigentlich echt schade. Wirklich. Ich kenne da eigentlich niemanden so wirklich, der Tropius so in seiner Favo-Liste drin hätte. Und das ist sehr schade. Ja, der Sandsturm. Ah, sehr gut. Jetzt hört er auf, gerade als ich es ansprechen wollte. Und danach einmal vielleicht wirklich Top-Elixier für alle oder so. Sehen wir mal. Ich habe auch noch mehr als genug. Okay, alles klar, Leute. Das machen wir noch, würde ich sagen. Dann sind wir beim nächsten Mal wirklich perfekt mit dabei. Und apropos perfekt. Machen wir doch das hier auch noch. Boah, jetzt habe ich 200, ey. Richtig über. Die ganzen Samen können übrigens auch noch alle raus. Die sind jetzt natürlich... Ich sehe schon, oh, das ist mit Belebersamen echt knapp, ne? Aktuell, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Okay, bei dir war es aktuell nur ein Move. Du hast wieder deinen typischen... Deine typische Verlinkung aufgebraucht. Genau, da haben wir noch einen Top-Ether vorhin bekommen. Hau ich mal bei Flumenkiefer drauf. Der Eisstrahl ist einfach zu nützlich. Sollten wir immer dabei haben. Hier gibt es so viel Flug. Das ist fantastisch. Das war eine sehr gute Idee. Extra das noch mitzunehmen hier. Genau. Und damit sind wir, glaube ich, für die nächste Ebene erstmal gewappnet. Beziehungsweise für ein paar Ebenen hoffentlich. Sehen wir mal, ne? Freue mich auf den nächsten Part. Ich bin mir sicher, wir kommen bestimmt dann schon zu Rai Quaser. Abwarten. Mal sehen, wie der Schwierigkeitsgrad jetzt noch anzieht auf den höheren Ebenen. Wir sehen ja, es sind schon sehr krasse Sachen dabei. Wäre natürlich fantastisch, wenn sich das anschließen würde. Das ist das andere. Aber ja, wir haben das unter Kontrolle. Und zur Not haben wir auch einige Hilfsorbs dabei, die uns sicherlich retten. Und ich glaube, für Rai Quaser selbst werde ich sogar eine Allmacht benutzen. Den Allmann-Orb, Leute, den müssen wir einsetzen. Der schützt uns einfach. Der hat keiner Bock, sich uns überhaupt zu nähern. Bis zum nächsten Mal.